Die Medigenic Dreitastenmaus, der Rhein Medical GmbH mit Hauptsitz in Deutschland, ist ein speziell auf Gesundheitseinrichtungen angepasstes Produkt. Ohne auf den Bedienkomfort normaler Mäuse zu verzichten, helfen die Medigenic Eingabegeräte Hygienestandards einzuhalten und eignen sich daher für alle Umgebungen, in denen bakterielle Kontamination ein Anlass zur Sorge ist. Infektionsrisiken, besonders an Einsatzorten mit wechselndem Personal wie Operationssälen, Intensivstationen und Pflegestationen, werden so gemindert. Die gewohnt schnelle Navigation durch Anwendungen, die jedem bekannte Scroll-Funktion und die taktilen Eigenschaften herkömmlicher Office-Mäuse sind sichergestellt. Die Erfüllung von Sicherheitsnormen und speziellen Zulassungen zum Medizinprodukt haben keinen Einfluss auf die gewohnten Eigenschaften wie dem geringen Gewicht, langen Kabellängen und Standardabmessungen. Innovatives Design ist kombiniert mit einer speziell abwaschbaren, nicht porösen Oberfläche. Damit ist schnelles Reinigen vor Ort möglich, durch Einsprühen oder Abwischen mit zugelassenen, keimtötenden Sprays. Sie können die Medigenic-Dreitasten-Maus wie eine gewöhnliche Maus an alle gängigen Systeme anschließen und tragen damit wirkungsvoll zur Prävention von Krankenhausinfektionen bei. Rein Medical. We make your e-health come alive.